Was geht ab? Meine liebe Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo wir immer die schönsten Menschen eingeschaltet haben. Ich muss direkt sagen, ich hab das Gefühl, bei einer Hava-Reaction sehen die Leute tatsächlich nochmal besser aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, aber hey, ihr seht gerade sehr krass aus, ich wollte es nur einfach sagen, ja. Ich freue mich unfassbar, dass wir uns hier wieder treffen, gerade. Tu nicht so, von Hava ist rausgekommen, natürlich sind wir am Start, natürlich sind wir am Start. Und ich bin jetzt schon verliebt in das Thumbnail, das Vorschaubild bei YouTube. Das war alles mit so, das war so, ich weiß nicht, so gelb, ganz viele kleine gelbe Bälle oder irgendwas war da. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich drauf. Natürlich werden wir alles, was von Hava irgendwie rauskommt, hier auf dem Kanal begleiten, so wie immer, Freunde, ihr seid es ja gewohnt. Und ich freue mich sehr, ich bin bei Hava dieses Jahr auch live auf Tour, Freunde. Ich bin dabei, 100% am Start, das heißt, falls ihr in Hamburg auch bei Hava am Start seid, dann sehen wir uns, ja. Und falls ihr noch nicht am Start seid, holt euch Tickets für jede Stadt, die ihr wollt natürlich, aber in Hamburg bin ich auf jeden Fall dabei und ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich richtig drauf, es dauert noch ein bisschen, aber wenn es soweit ist, dann freue ich mich richtig und ich werde mitschreien. Erste Reihe, ich werde mitschreien, ist mir egal, ich werde alles mitschreien, mit euch zusammen und ich freue mich sehr drauf, deswegen. Das wird sehr, sehr cool und ja, wir hören jetzt rein. Tu nicht so von Hava, let's go. Ja, genau, das war das Vorschau-Bild doch direkt, das sind Zitronen, achso. Das waren Zitronen. Ja, ey, kann ich ja nicht. Sind das Zitronen? Ich dachte, das sieht aus wie Zitronen. Ich dachte, das sind so Bälle. Aber wie cool. High Quality, man. Das ist so ein, jetzt kommt ein heißer Call, 2013 Desktop-Hintergrund. So ein viraler Type. Checkt ihr? Das sind Zitronen, ich habe es analysiert, das sind Zitronen, ja. Hava sieht sehr fresh aus wieder, so wie immer, aber Surprise kein. Junge, wie hat man das denn gemacht? Wie krass ist das denn? Einfach kurz jede einzelne Zitrone im Umkreis von der ganzen Welt gekauft. Sieht sehr, sehr cool aus, sieht sehr bossy aus, wie sie da steht, finde ich. Wow. Stark, stark. Hava, wirklich, sie hat eine so unfassbar schöne, sanfte Stimme. Wow. Wow, sorry, ganz kurz. Haben wir hier ein neues Vogue-Cover-Shooting gehabt, oder was? Es ist einfach ein neues Vogue-Cover-Shooting im Musikvideo passiert, die ganze Zeit. Was haben wir hier für krasse Locations? Ganz geisteskrank. Ich geh noch einmal zu. Wow, starker Moment, starker Moment. Wow, diese Zeile möchte ich gerne unterschreiben einmal. Wie stark ist diese Zeile? Dieses Make-up trage ich nur für mich, ist so eine starke Zeile, finde ich. Wow. Ich liebe so diese, diese selbstbewusste In-Your-Face-Art von Hava. Ich finde, sie ist eine so richtige, selbstbewusste Frau, so ein richtiges Vorbild des Hava, finde ich. Ich krieg keine Luft. Dieses Make-up trage ich nur für mich. Ein Handy klingelt, doch ich mute dich. Denn sobald wir unseren Blickkontakt verlieren, sind deine Augen unterwegs und nicht bei mir. Glaub mir, du bist, würde ich es nicht erfahren. Ist ja unter meiner Rüchte. Wow, okay, sorry. Ja, nee, sorry Hava, wirklich, jetzt reicht's auch. Die Videos sind zu krass. Die Armen, die Armen, alle anderen, alle anderen auf der Welt, die das nicht so krass hinbekommen. Sorry an die. Also wirklich, die letzten Musikvideos von Hava waren alle geisteskrank. Boah, und auch, ey, ganz kurz, ganz kurz. Augen-Make-up, geisteskrank, geisteskrank, geisteskrank. Passt so gut zum Outfit zusammen, wow. Wow. Okay, spätestens jetzt sind wir wirklich im Vogue-Shooting gefangen. Ich sag's, wie es ist, ja. Ich versuch, mich ein bisschen mehr auf den Song zu konzentrieren. Das ist schwierig, das Musikvideos so krass. Muss man sagen, das Musikvideos wirklich geisteskrank. Stark, sehr, 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 sehr stark. Boah, ich finde gerade hier, boah, ist schon wieder eine neue Szene, neue Szene, neues Outfit, Hair und Make-up neu. Ey, was soll ich sagen? Also wirklich, Musikvideos ist geisteskrank, super krass. Aber gerade hier so diese etwas tiefere Stimme von Hava. Sie schafft es, sie so ein bisschen tiefer, aber gleichzeitig auch so super sanft rüberzubringen. So diese Wärme, diese Wärme in ihrer Stimme. Ich finde, das macht Hava so krass aus. Diese Wärme in ihrer Stimme. Checkt ihr? Wow. 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 Wow, so ein schöner Song. Wow, okay, sorry, jetzt wirklich. Jetzt ist sie am flexen. Jetzt ist sie am flexen. Nochmal neues Hair and Make-up Outfit, neue Szene. Sie haben einfach den Mond, den Mond gedingst, bro. Sorry. Krass. Das ist krass. Sehr, 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 sehr starker Song für dich. Sehr starker Song. Und fast schon noch stärkeres Musikvideo dazu. Auch stark. Ich stehe mir selber viel zu nah. Das ist so dieses, nee, ich bin mir selber zu viel wert, um jetzt irgendwie so einen Fehler einzugehen. Und ich glaube, das ist so, das ist das, was ich auch mit Vorbild meinte. So Hava, wenn man so mehr auf die Texte auch bei ihr achtet, dann lernt man super viel von Selbstliebe, Selbstrespekt, Akzeptanz, Selbstbewusstsein. Und du musst dich für keine Person der Welt verändern oder anpassen. Du bist du, you do you und du hast alles der Welt verdient. Und das sind so alles Werte, die Hava regelmäßig in ihren Songs auch vertritt. Deswegen Hava auch, wo man auch sagen kann, ey, ja, da ist viel Inhalt, wichtiger Inhalt in den Texten und so. Was man ja heutzutage nicht immer, immer sagen kann. Auch ganz viel Respekt an die beiden Tänzern. Die beiden Tänzerinnen machen das so stark, finde ich. Ich bin auch sowieso Fan natürlich von Kurios, Background Dancer etc. Die machen das sehr, sehr stark. Sehr cool. Sehr geiler Shot, sehr geiler Shot, wow. Krass. Krasse Shots. Sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Approved. Approved. Ja, okay, Black Dolphins, Bro. Ich wollte gerade fragen, wer hat ein Musikvideo gemacht? Black Dolphins. Da weiß man auch. Da weiß man natürlich auch. Hava live on tour. Boah, checkt ihr. Bei der Promo fürs nächste Jahr werde ich hier sein. Bei der Promo, warte, kenne ich einen von euch? Nee. Ich glaube nicht. Manchmal erkenne ich Leute von euch. Glaube nicht. Aber hier, das werde ich, warte, hier so werde ich stehen. Erst drei werde ich stehen. Ich werde stehen. Aber ich werde schreien. Ich werde so, so, so werde ich schreien. Die Songtexte werde ich mir rausschreien. Einfach, ist mir egal. Geil. Geil. Hamburg, da. Fünfte, Elfte. Noch lange hin, ich weiß. Fünfte, Elfte. Ich bin da. Edel Optics Arena. Da sehen wir uns, Leute. Kommt vorbei. Wirklich. Also, falls ihr noch kein Ticket habt, holt euch geile Tickets. Und falls ihr in Hamburg seid, wir sehen uns. Wir quatschen. Wir feiern zusammen. Es wird wunderschön. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich drauf. Also, wirklich. Bei solchen Konzerten freue ich mich immer jedes Mal drauf. Und ich glaube, das wird richtig schön. Deswegen. Holt euch Tickets, ja. Dann sehen wir uns. Geil, Mann. Super starker Song. Und wie gesagt, ein fast noch stärkeres Musikvideo. Wow. Hover rasiert komplett aktuell mit ihren Musikvideos. Und das war, wenn nicht sogar das Stärkste bis jetzt von ihr, würde ich fast sagen. Wir hatten, glaube ich, sieben, acht verschiedene Locations. Hair, Make-up, Outfit. Was insane einfach ist. Wirklich insane ist. Sie haben jede Zitrone auf der Erde gekauft. Ich weiß. Hört sich einfach an. Ist es aber gar nicht, ja. Und die haben wirklich delivered. Sehr, sehr krass. Und sehr, sehr schöner Song auch wirklich. Geil, Mann. Ich freue mich wirklich. Ich glaube, live ist Hover Geisteskrank. Deswegen. Wird krass. Freunde, vielen, vielen Dank für das Einschalten wieder. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute. Bleibt natürlich so wie immer, Freunde. So fresh und gut aussehend, wie ihr es seid. Und einen wunderbaren Tag. Wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, dass ihr euch am Start wart. Wir sehen uns. Und vergesst euch nicht zu lächeln. Ganz wichtig. Vergesst euch heute nicht zu lächeln. Dankeschön. Ciao.